Bevor wir zu dem eigentlichen Thema heute kommen, wollte ich noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, da es einfach so gut zu dem Thema passt und da muss ich mich bei Marc von Miniklangwunde bedanken, denn der hat mich darauf hingewiesen, am 14. und am 15. September, das ist ein Samstag und Sonntag, gibt es in Krefeld wieder die Audio Vista. Ich selbst war noch nie da, aber das ist eben wahrscheinlich ein Festmahl für jeden, der auf gutem Klang aus ist bei Kopfhörern und so weiter. Also diesmal bin ich auf jeden Fall dabei, falls nichts passiert und das passt eben so gut zu dem ganzen Thema dieses Videos, wenn es um den Klang eben von Kopfhörern zu tun hat, wie man den erreicht, ob jetzt mit Bluetooth, Funk oder eben die alte gute Klinke. Okay, also das war's. Ich lasse euch alle wichtigen Informationen unten in der Beschreibung. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Seht ihr, das ist eben das Geile, wenn man YouTube hobbymäßig macht und nicht beruflich, dann kann man auch mal spontan ein Video so wie dieses hier machen, denn ich habe zum Beispiel hier gerade die Sennheiser GSP670 im Test. Das ist ein Wireless Gaming Headset und habe das auch schon in letzter Zeit ein paar Mal so überlegt, ob ich sowas machen sollte, das Video schon vor langer Zeit. Aber gerade, weil ich heute am Sonntag überlegt habe, was für einen Test könnte ich machen, da ich nicht wirklich Lust hatte, den Test aufzunehmen, gucke ich mir meine Liste durch und finde die Razer Hammerhead. Und da stand bei mir in den Notizen dran, nur Razer Kopfhörer USB-C. Und dann ist mir eben eine Sache aufgefallen und deswegen wollte ich heute damit ein bisschen drüber mit euch diskutieren. Ich habe es nicht wirklich allzu durchdacht, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich kann mir zwar relativ gut vorstellen, was sich einige von euch denken, aber ich hätte doch gerne mal direkten Input. Denn es geht hier um das Thema auf eine Art 3,5mm Klinke gegen eben zum Beispiel Funk oder Bluetooth oder eben auch gerade USB-C. Und ich will jetzt nicht das ganze Thema wieder hochdröseln, dass die ganzen Handys die Kopfhöreranschlüsse verlieren, denn das Problem ist für mich irgendwie auf der anderen Seite, wenn nämlich andere Marken sich jetzt anpassen und dann anfangen eben hochqualitative USB-C-Kopfhörer rauszubringen, das ist das Problem, weil dann stirbt der Klinkenausgang. Wenn der Klinkenausgang nur an dem Handy stirbt, dann ist das kein Problem, da immer noch der Standard 3,5mm Klinke bei allem anderen so ziemlich bestehend bleibt, also bei MP3-Playern, bei eben Laptops, PCs und so weiter und so fort. Und mein Problem an diesen ganzen anderen Standards, wie zum Beispiel Funk, wie zum Beispiel USB-C und auch Bluetooth ist, und das wird wahrscheinlich so das durchgehende Thema sein, das ihr wahrscheinlich relativ oft hören werdet, das ist die Power. Denn dort, und das ist zum Beispiel mein erster Punkt, bekommt ihr, was ihr bekommt. Und das auch meistens für einen teuren Preis, denn die ganze Technik ist ja da drin. Und das ist eben das Problem. Bekomme ich jetzt einen GSP670, das hat keinen 3,5mm Klinkeanschluss mehr, das läuft komplett über Funk, da bekomme ich genau den Klang, den die mir geben, natürlich mit Veränderungsmöglichkeiten in der Software, aber auch zum Beispiel bei dem USB-C hier, ich bekomme den Klang, so wie ich ihn ja bekomme. Und ich lasse jetzt mal den Equalizer absichtlich außen vor, weil das ist für mich ein Klang verbiegen. Aber dann zum Beispiel haben wir eben nicht die Möglichkeit, irgendwie nachträglich die Lautstärke zu ändern. Das ist schon immer das Problem für mich gewesen von Funk-Gaming-Headsets, von Bluetooth-Kopfhörern, meistens allerdings Over-Ear, weil gerade die In-Ears, und deswegen habe ich auch zum Beispiel kein Problem mit diesen ganzen Truly Wireless Earphones, denn die haben meistens eine ausreichend gute Lautstärke. Und USB-C eventuell bei In-Ears könnte ich noch tolerieren, würde ich sagen, wenn sie ein bisschen mehr Power haben. Aber für mich das Hauptproblem ist Lautstärke. Ich kriege bei dem GSP670, egal wie super es klingt, nicht genug Lautstärke. Ich kriege bei dem Hammerhead nicht genug Lautstärke. Und hier bräuchte ich eben noch ein bisschen mehr, weil da müsste ich klanglich was anpassen. Und eigentlich wollte ich ja heute den Test dazu machen. Ich sage es euch allerdings ganz kurz. Die Razor Hammerhead, falls sie überhaupt so heißen sollten, aber die sind super bequem. Haben sogar Noise Cancelling, was relativ gut funktioniert. Und die haben einen, was ich absolut nicht erwartet hätte, wunderbar, fast schon neutralen, klaren Klang. Wirklich sehr, sehr brillant. Das Problem ist allerdings, ich finde persönlich, gerade bei bestimmter Musik haben sie ein bisschen zu wenig Bass. Kein Problem, weil ein neutraler Sound ist schön, aber unterwegs hätte ich gerne ein bisschen mehr Bass. Equalizer. Ja, schalte ich den Equalizer dazu, verliere ich noch mehr Lautstärke. Bekomme ich nicht genug. Und das ganze Thema könnten jetzt eigentlich alle Leute ignorieren, die sowieso nicht laut hören wie ich. Denn ich habe zum Beispiel auch gestern am wieder ersten Kommentar bekommen. Da meinte einer, dass ich das Hintergrundrauschen bei einem Kopfhörer zu dezent angesprochen hätte. Ich sagte, es ist da, aber es ist nicht störend. Er fand es extrem störend, weil er eben Podcasts leise hört und nicht permanent Heavy-Battle-Musik bei 100%. Und okay, ich fand es allerdings auch nicht störend. Also ich habe es bei der leisen Stufe gehört und schon bei der zweiten Lautstärke-Stufe, bei Musik war das Ding nicht zu hören. Er hat es meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben dargestellt, aber sei es, wie es sein soll. Muss ich halt sagen, das ist das Problem. Ihr seid hier limitiert. Ihr habt hier den Amp und den Deck drin, den ihr habt. Ihr habt hier die Power und das heißt, ihr könnt hier nicht mehr wirklich was verändern. Equalizing-Technisch ja, aber zum Beispiel habt ihr bei 3,5mm Klinke eben so viel mehr Möglichkeiten. Ihr habt hier eben Kopfhörerverstärker, ihr habt hier Decks, die ihr dazwischen schalten könnt. Und das ist immer so eine Kombination. Und gerade je hochwertiger wir werden, desto mehr macht das aus. Zum Beispiel, wenn ihr einen Röhren-Kopfhörerverstärker anschließt an einen bestimmten Kopfhörer. Das passt in der Kombination vielleicht besser. Oder der Duck, der vielleicht neutraler spielt, passt vielleicht besser zu etwas, das ein bisschen gefärbt ist. Und diese ganzen Kombinationen, das ist das, was Audio ausmacht, gerade im hochqualitativen Bereich. Und wenn das jetzt eben im Mainstream-Bereich wegfällt, dann habe ich eben die Befürchtung, dass es mit der Zeit eventuell auch im High-End-Segment wegfallen würde. Also ich denke mal, da sind wir noch ein bisschen länger sicher. Denn die scheinen da ein bisschen oldschooliger zu sein, ein bisschen abgeschotteter. Denn so wirklich viel Technik wird da heutzutage noch nicht verbaut. Aber wenn ich dann zum Beispiel so eine Marke sehe wie Odyssey, die eben diese Eye-Sign haben und dann anfangen mit ihrem Cypher-Kabel zu kommen. Cypher-Kabel schön und gut, aber wenn da dann die Lautstärke nicht passen würde, dann war es das. Obwohl der Klang so gut sein könnte, wie er will. Und immer mehr Marken, einfach weil es immer mehr der Standard wird, fangen an, eventuell sowas zu machen. Also USB-C-Kopfhörer. Ich habe, glaube ich, vier Stück schon getestet oder so. Teilweise eben Over-Ear und so weiter. Und in den meisten Fällen waren die mir nicht laut genug. Teilweise klang nicht, also ich will, wenn es geht, eigentlich keinen Equalizer nutzen. Müsste man eventuell auch mit einem Kopfhörerausgang nutzen. Also das ist immer so eine Sache, klar. Und man kann ja nicht tausende Kombinationen haben, dass man gerade vor dem Kopfhörer die passende Kopfhörerverstärker und Duckkombination hat. Aber ich finde es halt so traurig, wenn ich einen 350-Euro-Kopfhörer sehe, wie jetzt die Sennheiser GSP 670, die locker das Beste sind im Wireless-Gaming-Headset-Bereich und ich dann einfach nicht die Lautstärke bekomme. Bei Musik sowieso nicht. Bei Spielen würde ich sagen, das ist halt schade. Dann, das bringt mich jetzt eigentlich so den Punkt, wieso ich mir vorstellen kann, wieso Leute damit kein Problem haben. Denn die meisten interessiert es heutzutage nicht. Die meisten Leute nutzen mittlerweile nur noch ein Handy exklusiv. Und wenn das eben keinen mehr hat, dann benutzt man eben Bluetooth, dann benutzt man eben USB-C-Kopfhörer, hat ja Apple gut bewiesen, mit eben den USB-C-Lightnings, was zumindest andere Marken noch nicht so direkt mitbieten. Also OnePlus hat es auf eine Art schon so als Zubehörangebot. Natürlich wollen die alle noch ein bisschen extra Geld mitmachen mit. Und ihr müsst halt einfach überlegen, das ist teurer. Also jedes Mal, wenn so ein billiger USB-C-Kopfhörer kaputt geht, ist das noch teurer, wie wenn ein billiger 3,5 Millionen Klinken-Kopfhörerausgang hier geht. Aber ich sehe das halt immer wieder in den Kommentaren. Die ganzen Leute, die geschrien haben, dass der Kopfhörerausgang nicht verschwinden soll aus dem Handy, das waren die, die sich über den Klang nicht scheren, sondern einfach, dass sie ihn da haben. Also es geht hier einfach um den Komfort, weil im Prinzip hat jeder irgendwo ein 3,5 Millimeter Klinken-Kopfhörer rumliegen. Und den will er einfach einstecken, kann auch nicht groß überlegen. Denn zum Beispiel, so schön USB-C ist, es gibt Handys, die das nicht direkt unterstützen. Also bei meinem OnePlus zum Beispiel, da die diesen USB-On-The-Go per Quick-Setting erst aktivieren, müsst ihr den jedes Mal vorher einschalten. Also das passiert nicht immer von alleine. In den meisten Geräten natürlich schon, aber das ist nicht die gleiche Art von Komfort. Einfach nur nicht überlegen, reinstecken, Sound ist da. In manchen Fällen eventuell, vielleicht funktioniert es an dem Gerät nicht, weil es gar kein USB-C irgendwie unterstützt oder keine Ahnung wieso. Und das sehe ich halt immer wieder. Ich habe da Leute auch gesagt zum Beispiel, wenn sie fragten, hat es einen Kopfhörerausgang, wie ist er? Und dann sage ich, der Kopfhörerausgang ist schlecht. Ja, egal, Hauptsache der ist da. Weil das ist eben so das Problem, was ich mittlerweile sehe, so gerade beim jüngeren Mainstream, bei der jüngeren Generation, dass es nicht mehr wirklich auf den Klang ankommt. Und natürlich könnte jetzt einer sagen, wie kannst du von Klang reden, wenn du nur Lautstärke willst? Ich will nicht nur Lautstärke, ich will natürlich Lautstärke und Klang. Aber was bringt mir der beste Klang, wenn ich ihn nicht laut genug hören kann? Und ich denke mal, das ist mir überlassen. Und ich muss sagen, ich verteufle immer noch dieses französische Gesetz, dass eben der Grund war, wieso wir diese DB-Limitierung in Europa bekommen haben. Denn seitdem sind eben Geräte oft nicht mehr laut genug. Okay, ich muss jetzt natürlich sagen, sowas wie ein Sennheiser oder wie ein Hammerhead, die sind noch weit drunter, habe ich das Gefühl. Denn ich habe schon viele europäische Produkte getestet, die eben lautstärkemäßig limitiert waren, wie viele Bluetooth-Kopfhörer und so weiter. Und da gibt es noch riesen Streuungen. Also wenn die alle, glaube ich, das Maximum ausreizen würden, das erlaubt ist, dann wäre das auch okay. Denn ich habe auch schon China-Produkte getestet, die nicht unbedingt laut genug wären. Und die hätten ja kein Limit. Also das ist so eine Sache. Aber Fakt ist, 3,5 mm Klinke ist, abgesehen von Handys, eigentlich im Musik-Hörbereich immer noch der Standard. Ob es jetzt 3,5 ist oder eben der größere, das spielt ja im Prinzip keine Rolle. Und ich will das Video jetzt auch nicht zu lange strecken, aber ich wüsste von euch gern, nutzt ihr Klinke am Handy. Aber eben für mich eben noch wichtiger, nutzt ihr Klinke auch woanders. Denn was ich auch mittlerweile immer mehr mitbekomme, viele Leute, das denke ich mal, das liegt vielleicht auch an den Konsolen und so weiter, nutzen gerade Gaming-Headsets mittlerweile nur noch Wireless. Und es geht jetzt gar nicht um die Qualitätsverluste bei Wireless. Denn ich muss sagen, die Latenz ist mittlerweile wirklich so gering, dass es keine Rolle spielt. Und auch die Klangqualität bei Spielen, das ist alles kein wirkliches Thema. Das kann man natürlich aufdröseln und jetzt drüber diskutieren, so viel man will. Aber ich glaube, es ist mittlerweile einfach so, dass die neue Generation nur noch Bequemlichkeit hat. Weil es vielleicht früher, ich weiß jetzt nicht, ob früher Klang eine höhere Rolle gespielt hat oder weil man einfach nicht die Möglichkeit hatte. Vor 20 Jahren gab es eben noch nicht so gutes Latenzfreies Wireless oder eben Bluetooth und so weiter. Bluetooth ist nicht so latenzfrei. Aber das gab es damals noch nicht. Und deswegen hat man eben Klinke genommen. Und Klinke hat halt einfach die Möglichkeiten geboten. Und natürlich, Bluetooth, Funk und auch USB-C wird sich mit der Zeit weiterentwickeln. Aber das Problem ist halt, ich habe zum Beispiel mal von einem gehört, der meinte, wenn wir USB-C haben und sich dann namenhafte Hersteller, wie jetzt Sennheiser Einklinken, verbauen, genau die Technik, die sie meinen, dass die, der benötigt wäre, in das Gerät selber, also wie hier zum Beispiel mit dieser Deckeinheit. Und dann habt ihr genau den Klang, so wie diesen wohl, an jedem Gerät. Dann seid ihr eben in diesem Fall nicht mehr angewiesen auf den 3,5 mm Klinkenanschluss und dessen Qualität von eurem Handy. Denn zum Beispiel hat ein Handy noch den Klinkenausgang, wie zum Beispiel gerade auch Huawei, teilweise auch Sony-Produkte in der Vergangenheit. Die hatten zwar einen, aber der klang nicht gut. Wenn ihr jetzt allerdings USB-C nutzt, dann spielt das keine Rolle, ob ihr den besten wie bei LG habt oder eben den schlechtesten wie bei Huawei. Denn ihr bekommt über USB-C immer den gleichen Klang. Und das ist in der Theorie gut. Aber das Problem ist eben, das war es dann auch. Dann könnt ihr das meistens nur an Handys benutzen, nicht mehr wirklich überall anders. Denn mein PC, auch wenn er USB-C hat, hat das hinten dran und nicht irgendwie vorne. Also das ist mit Dongles noch nicht ganz das Gleiche. Das ist jetzt eher auch, alles geht ja heutzutage in Richtung Mobilität und PC und wirklich Leute, die an einem Platz sitzen und Musik hören über Kopfhörer. Das wird sowieso immer seltener. Das sind jetzt eher so die Oldschool-Typen, wie ich die das noch machen. Denn wenn ich mir meine Kopfhörer da hinten alle mal aufziehe, dann ist es direkt am PC. Dann laufe ich nicht in der Wohnung rum. Denn wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann können wir die ganze Sache eigentlich uns sparen, die Diskussion. Denn dann spielt Qualität auf diesem Level definitiv keine Rolle mehr. Für manche natürlich immer noch. Denn es gibt auch Leute, die mit riesen Kopfhörern durch die Gegend laufen. Das sieht man zwar sehr selten mittlerweile. Und wenn, dann sind es eben Noise-Canceling-Kopfhörer, die mit Klang nichts mehr am Hut haben. Aber ja, ich will es nicht noch länger ziehen. Also lasst mich einfach mal wissen, wie ihr zu dem Ganzen steht. Wo ihr welche Dinge benutzt. Was ihr für Dinge benutzt. Zum Beispiel ist Over-Ear euer Ding? Ist In-Ear euer Ding? Wie wichtig ist Noise-Canceling? Denn zum Beispiel, als ich in den Zeiten war, als ich noch Bahn fuhr und so weiter, da gab es noch kein Noise-Canceling. Für mich war das einfach Standard. Man hatte diese Außengeräusche, man hatte die Leute, die im Zug reden. Und jetzt, wo ein Noise-Canceling kommt, höre ich von so vielen, gerade jüngeren Leuten, ja, ich fahre eine Stunde Zug, ich will die Geräusche nicht. Ich bin früher auch eine halbe Stunde Zug gefahren. Mich hat das nicht gestört, weil das einfach dazugehört hat. Man gewöhnt sich daran. Okay, ich muss auch zugeben, dass ich so laut höre, dass ich die Außengeräusche nicht mehr wahrnehme. Aber auch wenn ich jetzt ganz normal irgendwo bin, oder auch in einem Flugzeug oder so weiter, da muss ich nicht Musik hören, weil das sind einfach Nebengeräusche, die sind da, die klammert man irgendwann aus. Aber mir kommt es halt so vor, als ob mittlerweile die Jugend, oder auch, ja, mittlerweile ist es mehr als nur die Jugend, auch schon die älteren Leute, also erwachsenere Leute, ich rede jetzt nicht von alten Leuten, ich sage jetzt kein Alter, denn so jung bin ich auch nicht mehr. Aber, dass die irgendwie vielleicht verwöhnt sind, oder, okay, auf alle Hände soll man sich auch sagen, wenn die Technik da ist, wieso sie nicht auch nutzen. Aber wenn ich dann eben Leute höre, ja, ich will einen Active Noise Cancelling Kopfhörer, und dann höre ich, ja, Klang ist mir nicht wichtig, mir geht es nur ums ANC. Also dann könnte man sich auch gleich irgendwie ein Messer ins Ohr stechen, beide Seiten und gar nichts mehr hören, dann hat man das Problem nicht, wenn der Klang sowieso keine Rolle spielt, dann lang vielleicht auch die Vibration oder Bogenkontakt oder so weiter. Ich finde es halt schade, dass mittlerweile Features und alles andere überhand nehmen und die Qualität immer weiter in den Hintergrund geht. Also ich finde es auch immer noch schön, dass es Marken gibt, die da Wert drauf legen und so weiter. Wird auch, glaube ich, lang genug bestehen bleiben, denn solange es so, ich will nicht sagen Psychopathen, aber wenn dann im positiven Sinne so Psychopathen gibt wie in Japan, die eine Million oder so für ihre Stereoanlagen ausgeben oder Leute, die 10.000, 20.000 Euro in Kopfhörer reinstecken, ich denke mal, da sind wir noch sicher, dann wird eben dieses High-End noch mehr Nische, als es sowieso schon ist. Dann wird es eben auch wahrscheinlich teurer, weil die Nachfrage nicht mehr so da ist. Aber dann werde ich wahrscheinlich mir sagen müssen, okay, dann zahle ich 1.000 Euro für eine Kombo an Kopfhörer und verstärker, bevor ich eben diesen Mainstream-Klang gehe, denn das kriege ich dort nicht. Okay, ich muss auch sagen, also gerade so das letzte halbe Jahr, vielleicht ja, ist auch Mainstream besser geworden. Also als ich angefangen habe, Truly Wireless-Kopfhörer zu testen und so weiter und so fort, muss ich sagen, mittlerweile gibt es schon für einen bezahlbaren, guten Rahmen Dinge, die viele Leute wahrscheinlich total unterschätzen würden. Also wenn ich sehe, was ich schon zum Beispiel hier mit 130 Euro an Klang bekomme von einem Cambridge Audio Melomania 1, das hätte ich so mir vor zwei Jahren nie vorstellen können. Oder auch noch billiger mit den Sabbat E12 für 50 Euro. Das sind jetzt keine high-end klanglichen Dinge, aber das ist eine schöne Abstimmung mit genug Details und Brillanz und so weiter und so fort. Und wenn ich mir dann eben allerdings noch ansehe, dass gerade Sony mit ihrer 1000X-Serie so populär ist, das stimmt mich traurig, denn das hat nicht wirklich viel mit Klang Genuss zu tun. Das ist Bass, matschiger, das ist nicht wirklich viel Höhen und dann labern mich aber Leute voll, ja du musst Eldag nutzen für die bestmögliche Qualität, aber dann sagen sie, ja Equalizer nutzen und das widerspricht, also das zeigt, dass die Leute nicht wirklich viel Ahnung haben, denn dann würden sie wissen, dass wenn man in dem Moment, wenn man den Equalizer einschaltet, nicht mehr die höchste Qualitätsstufe hat über den ihr Bluetooth und das sind so Dinge, die Leute sehen was, aber verstehen manchmal den Zusammenhang nicht, denn die ganzen Sony-Produkte, also ich sehe jetzt auch gerade wieder diesen riesen Hype von diesen WF-1000XM3, also die Truly Wireless mit Noise Cancelling. Ich werde versuchen sie zu testen und dann mal sehen, ob das eben auch wieder dieses typische Sony ist, denn die Sony AM1, AM2, das war, würde ich noch sagen, eher klassischer Kopfhörer der Klang auch schon extrem gesoundert, aber hatte was. Die 1000X und so, die ganzen Bluetooth-Kopfhörer von denen haben meiner Meinung nach nicht wirklich eine Abstimmung, die ich irgendwie, ja, als gut anerkennen kann. Das ist, das ist schon über Mainstream, das ist schon heftig, das ist schon wirklich so was, was ich vor wahrscheinlich 20 oder 25 Jahren hätte genießen können, so um die, weil ich sage das immer in den Kommentaren ein bisschen abfällig, wer ich 12 wird, mir der Klang auch gefallen, aber das ist halt so. Klang, also zumindest damals noch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber entwickelt sich weiter, also das Klange finden. Vor 12 Jahren wollte ich auch nur extrem viel Bass und ich mag Bass natürlich immer noch, aber jetzt will ich eben hochkortativ. Was früher, da wollte man einfach nur viel Wumms und der ganze Rest hat keine Rolle mehr gespielt und mit der Zeit eben, wenn sich auch vielleicht der Musikgeschmack leicht verändert, eben sich das Budget ändert, wenn man eben erwachsen wird, mehr Geld zur Verfügung hat, dann geht man eben leicht hoch, aber ich sehe auch immer wieder Leute, die schon älter sind und das nicht so interessiert. Wobei natürlich ist das auch immer so eine eigenes Erfindensache. Also man muss eben eine Leidenschaft dafür entwickeln, dass der Klang einem wichtig ist und das machen nicht viele. Deswegen ist ja Kopfhörer und alles so weiter, Audio, Lautsprecher, das ist Nische. Viele, ich kenne so viele Leute, wenn die hören, was ich an Sachen benutzen würde, die sagen, ich will doch nur Klang und dann sehe ich, was die haben und dann ist mir klar, wieso. Aber für die spielt das keine Rolle. Das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Also wenn einer nur in der Bahn Musik hört, dann glaube ich nicht, dass er jetzt auf die höchste Klangqualität wert liegt oder so weiter, weil da will man wirklich eben nur Ablenkung haben, wenn man noch zur Fahrt ist und so weiter. Das kommt dann, denke ich mal, mit der Zeit vielleicht ein bisschen eher und wenn ich schon von der Zeit rede, Video ist schon wieder viel zu lang. Ich hätte es eigentlich schon vor zehn Minuten stoppen sollen, aber wenn ich mal anfange, mich in dieses Thema zu, ja, reinzureiten, dann komme ich da schwerer raus. Aber ich bin noch positiver gegenüber dem Klang, denn ich muss auch sagen, dadurch, dass die ganze Technik sich weiterentwickelt, bekommen wir deutlich mehr Klang und manche Leute, also manche Marken mittlerweile haben mittlerweile rausgefunden, was eine gute Klangbalance ist und das bekommen wir für weniger Geld und das stimmt mich positiv, dass man mittlerweile auch für weniger Geld schon auch schon guten Klang reinkommt. Irgendwo ist da natürlich wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Preis ein Limit und da wird es dann nicht mehr besser, aber zumindest dieses niedrige Niveau ist dann schon auf einem deutlich höheren Niveau und das ist doch immerhin schon etwas. Also die Zeiten sind jetzt nicht nur grau, da gibt es auch rosige Zeiten. Also es gibt noch Hoffnung, weil, ja, solange nicht jeder Sony 1000 XM3 gut findet, wie jetzt zum Beispiel, ich will jetzt den Usernamen nicht nennen, aber ja, MM, wenn ich mich nicht täusche, während Initialen, der weiß, was ich meine, denn der fragt mich immer nur, was sind die besten Kopfhörer vom Bass und dann sehe ich, am Ende landet er bei 1000 XM3 und dann denke ich mir nur, mei, 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 und dabei soll es belassen sein. Ich hätte noch viel mehr drüber zu reden, aber das Ganze können wir in den Kommentaren machen und falls ihr vielleicht noch mehr Interesse habt, dann mache ich auch noch ein längeres Video, da können wir die ganze Sache vielleicht doch im Detail ein bisschen aufdrüsseln oder vielleicht in einem Live-Suite, keine Ahnung, aber für das heute war es das erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.